der ist richtig gut drauf und damit schalom aleikum herzlich willkommen zurück bei LES ich bin euer Phil und dann gehe weiter mit dem Witcher 3 Leute wir haben heute Montag schönen Start in die Woche auf jeden Fall gestern bin ich wieder aus Italien gekommen da ist trotzdem jetzt noch eine Folge und auch die nächsten zwei vielleicht sogar drei Folgen ja Junge knackt wieder weg man vielleicht auch die nächsten zwei oder drei Folgen sind Folgen die auf jeden Fall noch vor anderthalb Wochen ungefähr aufgenommen habe damals als ich nur jung war weil ich brauche ja immer genug Vorlaufzeit damit er halt die 4k scheiße hier hochladen kann und so und deshalb bin ich wahrscheinlich als Donnerstag oder Freitag wieder ich selber also tagesaktuell ich hatte recht kaum bist du da gibt es Ärger wir berichten erstattet ich habe etwas mit der Herzogin zu besprechen endlich Hexer wir saßen auf glühenden Kohlen hast du Miltons Mörder gefunden ich habe das Biest gefunden aber das war es der Fall hat sich gerade verkompliziert ich würde es auch so sagen der Fall ist ernster als gedacht das Biest ich konnte es nicht töten es ging nicht wir schicken dich einem Monster nach und du kommst mit leeren Händen zurück wie äußerst enttäuschend bin ich mit leeren Händen zurück so einfach ist das nicht das Biest ist ein mächtiger Vampir ist das ein Problem für einen Hexer wie man einen Vampir umbringt weiß doch jeder man muss ihn nur ins Sonnenlicht locken oder sich mit Knoblauch behängen und ihm einen Pfahl durchs Herz treiben Knoblauch ist gegen Vampire nutzlos genau wie Sonne und Pfähle das sind nur Legenden sowas funktioniert nur in Märchen du Lappen und Kreuzdorn als ich klein war hat Oma Ademata immer gesagt dass Kreuzdorn Vampire vertreibt am besten hält man sie sich mit dem Silberschwert vom Leib aber das bringt sie nicht um nur ein höherer Vampir kann seinesgleichen wirklich umbringen Kannst du mal den Glatzkopf da zum Feierabend schicken der ist ja furchtbar halt dich da raus du Lappen langsam das ist Hexerarbeit keine Sache für Wachmänner wenn die Hexer versagen muss eben die Wache ran ich nehme meine besten Männer 40 gestählte Veteranen gegen die kommt kein Vampire an die werden alle gebumst Junge 40 50 100 ganz egal das spielt keine Rolle gegen ihn du hast meine Männer noch nicht in Aktion gesehen können sie gegen Nebel kämpfen und ein Ziel treffen das schneller ist als der Wind wie welche Kreatur bringt sowas fertig eine solche Kreatur höhere Vampire nennt man sie jeder ist anders einzigartig könnte man sagen manche können sich in riesige Fledermäuse verwandeln andere können mit Tieren reden und ihnen Befehle geben aber sie sind alle geistlose Monster ganz falsch niedere Vampire die Typ hat überhaupt keine Ahnung Katakane werden vielleicht vom Instinkt beherrscht die greifen alles an was nach Blut riecht aber höhere Vampire denken sie gebrauchen ihren Verstand vernunftbegabte Monster kuriose Vorstellung nun was willst du also unternehmen also die Sache ist ja jetzt wir wollen ja seine Frau also die wie hieß sie nochmal Renavit oder so die erstmal finden damit die Erpresser kein Druckmittel mehr gegen den Tetzlarf haben und ähm ja wir gehen wir machen das jetzt erstmal am besten versuchen wir mit ihm zu reden nicht zu fassen da bestellt die Herrin einen Hexer damit er ein Monster tötet und er möchte mit ihm schwatzen ich weiß was ich tue seine Liebste wurde entführt er wird erpresst erpresst? erläutere doch freundlicherweise wie man einen Vampir erpresst höhere Vampire sind uns ähnlich sie werden von Emotionen angetrieben nicht vom Instinkt sie sind nicht nur sehr intelligent sondern auch zu vielfältigen Gefühlen fähig sogar zu Liebe dieser hier hat sich in einen Menschen verliebt in eine Frau er würde alles tun um sie zu schützen du willst doch wohl nicht andeuten dass wir Miltons Mörder ziehen lassen sollen oder darauf warten dass er wieder zuschlägt wir müssen ihn so schnell wie möglich unschädlich machen eins nach dem anderen ich finde die Erpresser und befreie die Geliebte des Vampirs dann hat er keinen Grund mehr zu morden du sollst ihn vernichten nicht ihm helfen am wichtigsten ist es dass niemand mehr stirbt sobald die Frau in Sicherheit ist hat er keinen Grund mehr zu töten gut ich gebe zu du hast mich nachdenklich gemacht vielleicht hast du recht weißt du irgendwas über die Erpresser ich habe einen Hinweis ein paar Zettel auf dem der Erpresser die Namen der Opfer aufgeschrieben hat einer der Zettel hat einen Fleck offenbar ist das Wein das ist nicht sehr aussagekräftig du hast keine Ahnung wie sehr du dich irrst mein lieber her mit dem herzoglichen Sommelier der macht immer Weinflecken auf seine Briefe jetzt haben wir ihn in Toussaint ist weinheilig hier gibt es keine einfachen Weinflecken hier gibt es nur die Weinflecken die aus Tropfen von Est Est Hervélus Fiorano bestehen die gnädige Herrin wünscht mich zu sprechen und der kann jetzt sehr der leckt jetzt einmal da dran und dann weiß er welcher Wein oder was der 1a Spürhund der Kerl der riecht sogar nur durchaus eindeutig sans retour Westufer in Fässern von Beauclerreiche gereift Johohoho Das ist San Real Jahrgang 1269 Das ist unmöglich dieser Wein wird auf Castel Ravello eigens und ausschließlich für den herzoglichen Hof gekeltert Aha Vielleicht wurde der San Real gestohlen Wir müssen zum Weingut Vielleicht hat es dort einen Vorfall gegeben Wieso wir? Moment Die gnädige Herrin möchte mich begleiten Kommt nicht in Frage Du glaubst ja wohl nicht dass wir auf unserem herzoglichen Hintern rum sitzen während das Herzogtum in ernster Gefahr ist Also die mag ich Gnädige Herrin was du vorschlägst ist zu riskant Der Hexer muss alleine gehen Es ist erfreulich dass die Herren sich ausnahmsweise mal einig sind aber meine Entscheidung ist getroffen Wir brechen auf Wir haben die bestmögliche Eskorte Streich den Hauptmann Dann ist das die beste Eskorte Der Hof braucht keinen Anlass zum Tratschen Der zielt halt den Spiegel ziemlich runter Für die Dauer dieser Mission entbinde ich euch von der Verpflichtung dem Hofprotokoll zu folgen Das bedeutet Ich bin jetzt Anna Henrietta Nicht eure edle Herrin Jawohl edle Herrin Hexer bist du bereit? Ich brauche noch Zeit Oder nö wir gehen Ja bin bereit Wunderbar Augenblick noch Ich muss mir etwas angemessen Dezentes anziehen Dann brechen wir auf Also spätestens in den nächsten Folgen irgendwann werden wir die Handbremse ziehen in Sachen Hauptstory sollte die dann noch nicht vorüber sein und werden ein paar Nebenquests und Fragezeichen aber arbeiten damit wir die Skillpunkte für unser geiles Bild haben Weil spätestens als Stufe 49 So habe ich das nämlich bei dem Typen gesehen sollte es möglich sein wenn man denn dann halt auch einige hier von den magischen Steinen da eingesammelt hat Wir haben ja auch noch ziemlich viele Fragezeichen Hier in Toussaint haben wir noch richtig viele in Wählen sowieso oder in Wählen sind ja wieder ein paar zugekommen dann Cards of Stone und Skillig ist aber nur noch zugeschissen aber die werden natürlich ziemlich trocken weil viele davon noch mehr sind Weil ihr so langsam seid, man ist auch die richtige Entscheidung nachts loszuweiten mit der Königin Komm schon Plätze Der Wagen wurde von Pantern angegriffen Wir müssen helfen Bleib zurück in die Gefahr Wir kümmern uns da um Hilfe Rettet uns Los, los Würdest du vielleicht dein Schwert ziehen, Gerold? oder? Hilfe Lasset uns Zurück, Bestie Versch... So Gehen wir weiter Wenn Wenn ihr nicht gewesen wäre Ihr Glück, dass wir gerade vorbeigekommen sind Vielen Dank Ihr habt uns das Leben geholfen Ja, ja, gern Thema Hurra! Erzähl mir mehr über dieses Weingut Castel Ravello Das Beste in ganz Toussaint Der Betreiber ist ein alter Winzermeister, Fabrizio Kann man ihm trauen? Er hat den Posten seit Jahren Bislang gab es keine Probleme Sag mir, was du denkst, Gerold Wie ist der Sangreal auf das Papier gekommen? Ist jemand auf dem Weingut der Erpresser? Vielleicht ein Diener Vielleicht der Verwalter Vielleicht wurde der Wein auch einfach aus dem Anwesen gestohlen Wir werden es erfahren, wenn wir eintreffen Es ist nicht mehr weit Hauptmann der Latour Wir hatten gar keine Besucher aus dem Palast erwartet Wie steht es denn am Hof? Du hast zweifellos vom Wiest von Boclaire gehört Wir haben alle Hände voll zu tun Erst recht, da die Kreatur zuletzt in den Palastgärten angegriffen hat Ich, äh, der gnädigen Herrin ist doch nichts widerfahren Nett, dass du fragst, Meister Fabrizio Ich bin wohl auf Gnädige Herrin Man hat uns nicht informiert Ich lasse sofort den Salon vorbereiten Das ist nicht nötig Wir sind nicht offiziell hier, wie du siehst Natürlich Darf ich fragen, was dich zum Castel Ravello führt? Soll ich eine Inspektion machen? Also kann natürlich sein, dass der mit verwickelt ist So, wenn man das halt direkt anspricht Aber der Hauptmann hat das ja schon angesprochen Wir wollen mit dir reden kommen Wir kommen mit einigen Fragen zu dir In diesem Land gilt es als höflich, sich erst mal vorzustellen Das ist Geralt von Riva, ein Hexer Er ist auf meinen persönlichen Wunsch in Toussaint Und das heißt? Das heißt, ich erwarte, dass du ihm mit äußerstem Respekt begegnest Natürlich, gnädige Herrin Hast du gehört, Hexer? Fabrizio wird dir gern jede Frage beantworten Gut Reden wir über Sangreal Ich stehe zu Diensten Wurde Wein gestohlen? Womöglich wurde ein Teil des Weins gestohlen Es ist nur so eine Idee Gab es in letzter Zeit Diebstähle? Diebstähle? Nicht, dass ich wüsste Vor ein paar Tagen habe ich mir noch das Lager angesehen Es ist alles vollzählig Die Fässer sind im Keller gut aufgehoben Das versichere ich Okay Der Sangreal Wie viele Arbeiter haben Zugang dazu? Eigentlich nur ich Du machst den Wein ja nicht alleine Hier sind doch noch mindestens ein Dutzend Arbeiter beschäftigt Ich sehe, du verstehst nicht viel von der Winzerei Trauben haben einen langen Weg vor sich, bis sie zu Sangreal werden Die Arbeiter unterstützen mich nur bis zu der Fermentierung Die Maceration überwache ich alleine Niemand kommt in die Nähe der Fässer Beim Abfüllen helfen mir die Arbeiter wieder Aber dann versiegle ich die Reifefässer persönlich Jedes einzelne Der Wein wird im Keller gelagert und reift Wenn diese Phase abgeschlossen ist, haben wir Sangreal Und nur ich Habe den fraglichen Kellerschlüssel Mit Fragen kommen wir nicht weiter Das sehe ich Zeitverschwendung Hätten wir mal noch die Inspektion Gnädige Herrin Wie soll ich das verstehen? Meister Fabrizio Wir haben Beweise dafür, dass jemand sich unerlaubt Einer Menge Sangreals bemächtigt hat Und das bedeutet zweierlei Entweder lügst du uns frech ins Gesicht Oder du hast dir den Bein unter der Nase wegstehlen lassen Ohne es zu merken Verantworten wirst du dich auf jeden Fall Ich mag die Aber Sei still und hör zu Ich werde die Fässer persönlich inspizieren Das gibt dir Zeit zum Nachdenken Wenn ich zurückkehre, erwarte ich Antworten Sag, wo wird der Sangreal gelagert? Im Hauptkeller Um die Ecke Ich zeig ihn dir Ich finde ihn schon Gib mir den Kellerschlüssel und warte hier Natürlich, gnädige Herrin Hier ist er Komm, Hexer Der hegt doch mal raus Also irgendwas weiß der doch Muss er ja eigentlich Wenn er dann alles persönlich überwacht Kann ich mal eben meditieren? Wartet die? Verdammt Fabrizio den Vampir erpresst? Hast du dir das überlegt? Er hat seine Schwächen Aber sowas würde ich nie von ihm erwarten Er ist sehr loyal Er verdankt mir alles Sein Vater hat das Familienvermögen durchgebracht Sein Sohn hat nichts als ein enzyklopädisches Wissen über Wein geerbt Fabrizio hat als Bettler gelebt Bevor ich ihn zum Sommelier auf Castel Ravello gemacht habe Seitdem kann er erst seine wahren Fähigkeiten einsetzen Ab in den hiesigen Weinkeller Also, wo fangen wir an? Sehen wir nach, ob alle Fässer da sind Hier ist dein Bestandsbuch Lies das Weinregister Das Winzer Protokoll Fermentierung komplikationsfrei abgeschlossen Anstich über Druse Hier Abfüllung Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung Und sauber dokumentiert Dann müssen wir die andere Spur verfolgen Benoit sagte, beim Flecken handele es sich um einen 1269er Jahrgang Finden wir den Finde Sangreal des Jahrgangs 1269 Ne, das ist falsch Richtige Ja, aber Falscher Wein Erstmal Sachen klauen Ne, auch nicht Esst, esst Diesen Wein kennt ja nun wirklich jeder Gehört zu den besten Weinen der Welt Castel Ravello ist dafür berühmt Fiorano Rittersporn ist ganz wild darauf Ach ja, sein verwöhnter Gaumen Pomino Hier drüben ist Pomino Hey, hatte ich jetzt schon alle? Das hatten wir schon Ach, hier geht's doch hoch Verdammt Wie komm ich denn hoch? Hier Da haben wir eben eine Katze reingeholt Sangreal, aber 1270 Sangreal, Jahrgang 1270 Das ist der falsche Jahrgang Such weiter Das würde schneller gehen, wenn sich Fräulein Herzog genau bemühen würde Und mir mal aus dem Weg gehen würde, Mann Aha Hier 1269 Und nun? Sehen wir nach leeren Fässern Willst du sie anstechen? Fürs Erste reicht es, wenn wir klopfen Wenn es hohl klingt, sind wir fündig geworden Hallo Was? Voll 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 Das hier ist auch voll Voll Das hier ist auch voll Sieht aus, als wären alle Fässer voll Sackgasse, fürchte ich Voll sind sie schon Aber ist auch Sangreal drin? Aha Nimm einen Hahn und einen Hammer Wir öffnen sie und probieren Fertig Fertig Wir können anfangen Bereit Geh zur Seite Die kippt sich jetzt hier ein Weg Gleich kann ich nichts mehr mit der anfallen Diese Gewürznoten Einmalig Das ist Sangreal Scheiße Jetzt macht die nicht den links Ich hätte glaube ich warten sollen Ah ne, die geht doch noch Gott sei Dank, ey Das wäre jetzt ein geiler Bug gewesen Ich warte bei den anderen lieber Widerlich Bitterer Mistwein Direkt wieder 600 Ecke Unmöglich Das ist kein Wein Sondern übler Unrat Der nie ein Fass von innen hätte sehen sollen Es kann kein Zufall sein Dass er trotzdem in einem Fass ist Meister Fabrizio Mal sehen, was der dazu zu sagen hat Jetzt bin ich gespannt, ey Nice Meister Fabrizio Ich bin sehr enttäuscht Aber gnädige Herrin Ich Du bist einen Schritt davon entfernt Den Kopf zu verlieren Sag die Wahrheit Dann behältst du ihn vielleicht Sprich Ich Ich gestehe alles Ich habe ein Fass Sangreal verkauft Bitte Vergib mir Warum hast du das getan? Ich konnte nicht widerstehen Sie haben eine abenteuerliche Summe gezahlt Da bin ich schwach geworden Bezahle ich dir nicht genug? Ich wollte unseren Familiensitz zurückkaufen Das hier gehört mir nicht Gut Ich habe ein Dach über dem Kopf Und genug zu essen Aber Was ist ein Edelmann ohne eigenes Land? Ich werde alles sagen Aber bitte erweise mir Gnade Wem hast du den Wein verkauft? Vor ein paar Wochen hat ein reicher Edelmann mich in der Fasanerie angesprochen Er behauptete Diplomat zu sein Und Verbindungen zum Ruf zu haben Er schlug mir ein gemeinsames Unternehmen vor Er hatte Kunden Die schon für einen Tropfen Sangreal Ein Vermögen hinblättern würden Er wollte als Mittler fungieren Wie heißt der Mann? Das hat er nie gesagt Er war groß, schwarzhaarig und sprach mit Akzent Behauptete aus Zintra zu stammen Ich habe keinen Edelmann aus Zintra am Hof Und wie wurde der Wein übergeben? Wir haben uns im Schutze der Dunkelheit In den Ruinen von Forastra getroffen Ein Dutzend Männer kamen zur Abholung Bewaffnete Die Sorte, die nach Ärger riecht Ich brachte ein Fass, das sie auf einen Wagen luden Und dann trennten sich unsere Wege Das ist alles? Da hast du sie zum letzten Mal gesehen? Naja, vor ein paar Tagen traf ein Bote ein Er sagte, sie wollten ein weiteres Fass kaufen Und das habe ich bereits für die Lieferung vorbereitet Gut Das war super Das reicht Wir wissen, was wir wissen müssen Gnädige Herrin Ich fliehe dich an Vergib mir Geh mir aus den Augen Hauptmann, lass Meister Fabrizio in den Kerker bringen Er muss sich für sein Verbrechen verantworten Vom Bettler zum Knasti, ey Fabrizio, was ist los mit dir? Und was jetzt, Hexer? Wir stellen eine Falle Wir müssen die Weindiebe fangen Der Edelmann aus Zintra könnte der Erpresser sein Ich bringe die nächste Fuhre nach Forastra Damien und seine Soldaten begleiten mich Ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung Wir machen es, wie du sagst Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist Äh, ja, warte kurz Moment noch Beeil dich Wir warten nur auf dich Gut Ich will nur eben meditieren Sechs Stunden Das kann ich jetzt nicht tun, wieso nicht? Wieso kann ich das jetzt nicht tun? Aha So Dann geht es direkt nahtlos weiter Let's go Du nimmst den Wagen Wir sehen uns dort Gut Achtet während der Übergabe auf mein Signal Ich bin da wirklich gefesselt Ich will wissen, wer das ist, ne? So geil bei dem Spiel Entspann dich Wir warten hier Seht unser lieber Winzer Er sieht aber anders aus Auf einmal Das ist er nicht Jetzt wird gebumst Jetzt wird gebumst intentions Jetzt wird gebumst von wir Einer? Du bist alleine gegen alle, er legt die Waffen nieder. Zu spät. Ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre. Stets zu Diensten. Es war ein guter Kampf. Einen der Sträucher haben wir geschnappt. Stellen wir ihm ein paar Fragen. Los. Augenblick mal, Hexa. Ich hab mich in dir getäuscht. Aha. Besser später als nie. Du hattest keinen Grund, mir zu vertrauen. Eigentlich schon, weil die Herzogin hat mir vertraut. Wir müssen uns ja nicht mögen, sondern nur unsere Arbeit tun. Wenn du es so sehen willst. Jedenfalls sehe ich, wie du dich ins Zeug legst. Ich weiß das zu schätzen. Gehen wir zur gnädigen Herren. Sie wartet in der Nähe. War klar, dass sie kommt. Ich bin nicht überrascht. Ich dachte mir, dass sie das hier persönlich überwachen will. Das Auge des Herrn macht das Kalb fett. Du fängst an, das zu verstehen, wie ich sehe. Bringt mir diesen Gefangenen. Wir müssen ihm einige Fragen stellen. Hauptmann, du hast die Ehre. Wer hat dich geschickt? Er heißt Hund. Angeblich hat er deiner Mutter gepimpert. Noch einmal. Wer hat dich geschickt? Der liebte deiner Oma. Er heißt... Warte. Wenn er nicht reden will, muss er nicht. Er kann sich noch auf andere Arten nützlich machen. Sicher braucht der Hexer einen Köder, um das Biest von Buclair anzulocken. Was ist denn mit Axi? Ja, wir setzen ihn weiter unter Druck und sprechen der Herzogin erstmal zu. Klar, ich habe gerade keinen mehr. In dem Fall gehört er dir. Hauptmann, deine Männer sollen mir ein starkes Seil holen. Es soll nicht gleich reißen, wenn man einen Mann an einen Baum aufhängt. Seil? Lebendköder. Eignet sich ideal für Monster, sofern sie den Blutgeruch wittern. Aber dafür sorge ich. Was? Nein, um Himmels Willen. Lass sie das nicht... Hör auf zu schreien. Du hast noch eine lange Nacht vor dir. Nein, lass das nicht zu. Ich rede. Dann rede. Wer hat dich angeheuert? Er... Er wird mich umbringen. Du solltest dir lieber Sorgen wegen mir machen. Wer ist es? Komm schon, Mann. Raus damit. Der Zintrier. So nennt man ihn. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich weiß, dass er die Männer für dieses Ding angeheuert hat. Das haben sie gesagt. Dass wir für den Zintrier arbeiten. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Bringt ihn in den Kerker. Dort wird er auf seinen Prozess warten. Hauptmann, wir reiten in die Stadt. Sammle deine Männer und such den Zintrier. Jemand muss ihn kennen oder gesehen haben. Ja, gnädige Herrin. Ich komme in den Palast, so wie ich etwas weiß. Ich kehre noch nicht in den Palast zurück. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Der Hexer und ich warten beim Wachposten am Hafen auf dich. Ja, von mir aus. Let's go. Auf in die Stadt. Oh, wieder ein Level-Up. Es gibt so fette Erfahrungspunkte. Das ist einfach geile. Er ist spät. Entspann dich. Er kommt schon. Ich möchte wirklich mal wissen, wie man so verdammt ungerührt bleiben kann. Unmenschlich. Nebenwirkung der Mutationen. Hexer verlieren selten die Nerven. Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Der Hauptmann scheint gut auf sich aufpassen zu können. Mag sein, aber dieser Zintria kommt mir nicht wie ein gewöhnlicher Bandit vor. Es ist ihm gelungen, herzoglichen Wein unter der Nase der Wache wegzuklauen. Wir haben nur durch einen Zufall davon erfahren. Und er hat dem Vampir die Opfer benannt. Man muss schon ziemlich von sich überzeugt sein, um ein solches Monster zu erpressen. Zintria könnte auch ein Mittelsmann sein. Dort auf jeden Fall. Er hat einen Fehler gemacht, der uns nützt, aber der könnte Mittelsmann sein, ja. Wir wissen immer noch nicht sicher, ob der Zintria hinter der Entführung steckt. Vielleicht hat er sich nur um den Weinklau gekümmert. Selbst dann hätte er den Wein immerhin an die Entführer verkauft. Das macht ihn in meinen Augen zum Komplizen. Wir müssen den Zintria finden, ob er nun dahinter steckt oder nicht. Auch wenn er nicht dahinter steckt, könnte er doch wissen, wer der Erpresser ist. Außerdem, den Auftraggeber zu kennen ist eins. Dann wüssten wir immer noch nicht, weshalb... Da kommt jemand. Hauptmann, warum kommst du so spät? Wir haben dich vor Stunden erwartet. Dieser Zintria arbeitet nicht alleine. Wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Wir wurden von Banditen angegriffen. Es waren nicht mal wenige. Einer meiner Männer hat einen Armbruch. Dem anderen ist das Knie zerschlagen. Für immer gelähmt. Und auf der Straße heißt es, auf deinem Kopf sei ein stattlicher Preis ausgesetzt, Gerhard. Hä? Ja, wäre nicht... Also gehen wir gar nicht weiter darüber ein. Das lässt uns völlig kalt. Ist mir egal. Zum Geschäft. Hast du etwas erfahren? Ich fange von vorne an. Wir haben das Lagerhaus am Hafen gefunden, in das der Wein geliefert wurde. Und den Pächter dazu. Das war ein Bettler. Ein Strohmann. Als wir ihn fanden, gab er gleich alles zu. Ein Mann habe ihm das Geld für die Pacht gegeben. Hatte ihn angesprochen, als er vor der Fasanerie bettelte. Dort wartete ein Wink des Schicksals auf uns. Eine Kellnerin erinnerte sich, Wein über einen Adligen verschüttet zu haben, der mit zintrischem Akzent sprach. Wie hat er ausgesehen? Ihre Beschreibung war nicht sehr aufschlussreich. Gut aussehend und mit Bart. Könnte jeder sein. Aber an seine Begleiterin konnte sie sich gut erinnern, weil sie sie kannte. Am Arm des Zintriers war Cecilia Belante. Die Sängerin? Von der habe ich gehört. Sie soll sehr begabt sein. Genau die. Wir haben uns sofort zu ihr begeben. Doch sie war nicht zu Hause. Wir haben die Angestellten befragt. Ein Stupenmädchen sagte, dass Cecilia heute Abend mit einem Herrn aus Zintra verabredet ist. Sie hat ihn zu einem Empfang der Mandragora eingeladen. Ja. Wir müssen ihn schnappen. Schnappen wir uns den Zintrier. Dazu müssen wir wohl zu diesem Empfang. Ganz meine Meinung, Hexer. Ich sammle meine Männer und umstelle das Gebäude. Da kommt kein Mäuschen durch. Kommt nicht in Frage. Wenn der Zintrier tatsächlich Männer in der Stadt hat, wird er davon erfahren und uns entkommen. Die Herzogin hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Am besten gehen wir hin und mischen uns unter die Gäste. Genau das werden wir tun. Wir, edle Herren? Geralt und ich. Bei dieser Art von Gesellschaft könnte der Hexer meine Hilfe brauchen. Oder du meine. Wo findet der Empfang denn statt? Die Mandragora hält ihre Versammlungen stets am gleichen Ort ab. Einem Anwesen in der Oberstadt. Ein nobles Viertel. Geralt, du musst dich passend kleiden. Danach treffen wir uns in der Oberstadt in der Scharlatanallee. Immer das mit den passenden Kleiden, Mann. Da hast du schon eine geile Rüstung und da ist den Leuten hier nicht recht, weißt du. Immer was zu meckern. Ich sollte die Wahrheit bappeln. Nur zur Sicherheit. So, lege Kleidung an die Anna Henrietta, weil der Soyeri. Soyeri, keine Ahnung, für angemessen hält. Triff dich mit Anna Henrietta. Bevor wir das machen, Leute, ich mach mal hier einen Cut rein. Denn ich muss mal ganz dringend eben die Kinder zum Pool bringen. Bis gleich. Woher geht's? Also, lege Kleidung an die Anna Henrietta bei der Soyeri für angemessen hält. Ja, was ist denn Kleidung, die die für angemessen hält? Habe ich nur irgendeinen Schund hier? Naja, eigentlich nicht. Könnte aber auch mal wieder zur Tour zurück, wo ich da gerade sehe. Ja, wir gehen. Achso, warte mal. Achso, okay. Hier kriegt man offensichtlich Kleidung. Ich würde aber trotzdem mal eben gerne zur Truhe gehen. Ja, wir gehen auch mal eben zur Truhe. Und mal wieder ein bisschen das Inventar erleichtern. So, Lechi. So, ganz schön. So, pass auf. Also, ich würde sagen, pass auf, das packen wir erstmal rein, das packen wir auch erstmal rein, werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Das ist eigentlich sogar ein ganz gutes Stahlschwert. Vielleicht nehmen wir das hinterher, mal schauen. Im Feuer geschmiedet, also die gelben können wir doch eigentlich wegtun, oder? Also, komm, wir können sie ja immer noch verkaufen oder zerstören, da ist ja kein Problem. Klar, die blauen Sachen, die können sowieso weg, das ist außer Frage auf jeden Fall. Ähm, aber zerstören oder verkaufen können wir immer noch. Ich habe halt die ganze Zeit im Hinterkopf, was einer von euch sagte, nämlich, dass man halt hinterher extrem viel Kohle braucht. Und, ähm, ja. Deshalb, ich denke so ein bisschen dahin voraus. Dann kaufen wir uns jetzt mal Kleidung, die die Anna Henrietta für angemessen hält. Könnte vielleicht mit der so liebesmäßig auch was laufen? Keine Ahnung. Attraktiv ist er. Also, die Grundvoraussetzungen bringt sie mit, sag ich mal, ne? Äh, ja. Einmal kurz meditieren, damit alle Trinken wieder da sind. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber hast du nicht das Turnier gewonnen? Hm. Ein Hexer. Der Norden muss schrecklich verbarscht sein. Mahlzeit. Such Kleidung, was der Anna gefällt. Hallo. Sacre bleu. Was für ein Fetzen. Du kommst ganz offensichtlich aus dem Norden. Wie bitte? Keine Ausreden. Was du brauchst, ist eine neue Garderobe. Mein Salon steht dir offen. Bitte, komm rein. Oh Gott, was hast du denn? Genug der Stichelein. Zeig mir... Mit größten... Gib uns irgendeinen Scheiß. Können wir doch bei dem verkaufen? Ja, ne, verwerten wir lieber. Elegantes Buclair Wams. Ja, von mir aus. Die passenden Stiefel dazu. Und die passende Hose dazu. Äh, Maske oder so ein Scheiß brauchen wir ja nicht, ne? Ich hätte gern Maskenballen. Dann stets zu deinen Diensten, Herr. So. Sieht bestimmt wieder scheiße aus, wie immer. Sieht aus wie der Hofnarr. Haben wir auf dem Weg zufällig nochmal einen Schmied? Ich erkenne mal an. Ne, ne, der war irgendwie... Da konnten wir was anderes machen. Ah ja, guck mal, hier sind der Schmiede. Großme... Hier ist der Großmeisterschmied. Ich dachte, der würde Hand in Hand gehen mit noch ein paar zusätzlichen Quests oder so, dass man erst noch was erledigen müsste. Aber wir haben sofort Zugang. Ja gut, kann ja sein, dass das wie bei Maturi ist, ne? Dass der nicht sofort für uns arbeitet. Schöne Melodie. Schöne Welt, Gerold. So, wir sprechen mal eben mit dem Großmeisterschmied. Hallo, Lafagou. Hallo. Ein Hexer aus der Wolfsschule, hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazar Lafag. Gerold von Riva. Ihr kennt sie uns. Du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd. Aber gewiss, interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Genau deswegen bin ich hier. Schau mal, was ich gefunden habe. Was für ein Zufall. Das ist eins der Schemata, die ich meinte. Hast du eine Ahnung, wo ich die anderen finde? Natürlich. Ich brauche nur noch einen Partner, der sie holt. Gegen angemessenen Lohn, versteht sie. Du hast mich. Ja, dann fragen wir mal. All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelandet. Wie war das möglich? Toussaint war die Heimat von Tienzail, einem legendären, leider verblichenen Elfen- und Rüstungsschmiedemeister. Von ihm ließen Hexer aus aller Herren Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste gewesen sein. Er hat auch entsprechende Preise genommen. Die Hexer mussten oft besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstungen leisten zu können. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen. Okay. Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tienzail in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, selbst auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich sage dir, was ich über die restlichen Schemata weiß. Und du lässt mich Kopien von ihnen anfertigen, wenn du sie findest. Das klingt doch nach einem Deal. Sag mir, wo die sind. Wo soll ich nach den Schemata suchen? Ich weiß von fünf vermutlich toten Hexern. Jeder aus einer anderen Schule. Wolf, Dreif, Katze, Bär und Maticor. Wo soll ich anfangen? Äh, bei Katze bitte. Reden wir über den Hexer der Katzenschule. Vor einem Jahr bat mich der herzogliche Rüstungsschmied, Bartholomé de Launay, die Authentizität eines Hexerschemas zu überprüfen, das er von einem Boten erhalten hatte. Zu dieser Zeit arbeitete er an einer neuen Rüstung für die Herzogswache. Ein Hexer der Katzenschule bot einen vollständigen Satz Hexerschemata für eine komplette Ausrüstung. Die Schemata wären wirklich hilfreich gewesen. War das Schema, das du gesehen hast, wirklich ein Hexerschema? Zweifellos. Zu schade, dass der Launay mich keine Kopie hat anfertigen lassen. Er war ganz außer sich und fürchtete, der Hexer könne ihn einfach töten und aushauben. Vielleicht war diese Angst nicht ganz unbegründet. Denn kurz darauf verschwand der Launay spurlos. Okay. Sicher, ich hätte sein Anwesen ja nach Hinweisen durchsucht. Aber das ist wegen der akuten Einsturzgefahr viel zu riskant. Äh, ja, pass auf Leute, der Wecker hat gerade geklingelt. Die anderen, also wir können ja auch der Reihe nach abarbeiten. Erstmal bleiben wir bei Katze, das wohl für uns das Interessanteste ist. Aber zeig mal eben, was du, können wir schon, haben wir schon irgendwann den Großmeisterstuhl? Ich glaube nicht, oder? Meisterlich, ne, ne, ne. Ich glaube, wir haben auch noch gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ich hätte jetzt mal gerne gesehen, was das denn kostet, das so anfertigen zu lassen. Weil meisterlich kostet 182. Das ist erstmal nix. Aber naja, okay. Äh, pass auf, wir zerlegen nochmal eben hier die blauen, das blaue Zeug. Und dann sind wir durch mit der Folge. Oh, hab ich das falsch? So. Ja, Leute, wir haben auf jeden Fall den Großmeisterstuhl gefunden. Viel Glück auf dem Weg. Mit dem werden wir in Zukunft auf jeden Fall noch viel, viel mehr verkehren müssen. Denn wir wollen unsere Stats maxen. Und zwar, bis die Bude zusammenfällt. Dankeschön, dass ihr da wart. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahinten, haut rein. Bis dahinten. Bis dahinten, haut rein. 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 Bis dahinten, haut rein.